So, Aldi, jetzt sag's einmal genau so wie ich. Der vorprogrammierte Welterfolg. Aldi, du bist doch unser Bub. Du, ganz egal wie geschissen du redest. Eine Komödie über den Tiroler Freiheitskampf. Äh, wegen der Verstärkung aus Wien. Was für Stärkung? Willst du mich hackern? Ich bin eh schon da. Was willst du noch? Ihr kämpft für den Tourismusverband, für die Agrargemeinschaft und für die Gewissheit, dass sich eure Kinder im Gastgewerbe dumm und dämlich verdienen werden. Hab's denn angesehen? 30 Franzosen hat er ganz allein niedergemacht. Das war nicht der Hofer, das war ich. Von den Machern von bis jetzt noch gar nix. 1810 für eine Handvoll Kaspersknödel. Ein Farbfilm mit Musik in 2D 20-2022 20-2022 21 22 23 22